Klimaschutz beziehungsweise Antworten für die großen Herausforderungen der Zeit gegeben werden, da sollte die Regierung hingehen. Also das Mandat ergibt sich aus der Sache heraus, finde ich. Aber natürlich ist das Wählervotum ernst zu nehmen. Annalena Baerbock hat es angesprochen oder zumindest angedeutet, dass sich über die Nacht ja deutlich herauskristallisiert hat, dass die SPD vorne liegt. Wir haben jetzt das vorläufige amtliche Ämtergebnis und daraus ergibt sich natürlich ein Prä der Gespräche mit der SPD und der FDP.